Weil wir grad bei Süßigkeiten sind. Aber bitte mit Sahne singt Udo Jürgens. Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei. Oh yeah! Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh yeah! Und blasen zum Sturm auf das Kuchen-Diffé. Auf Schwarzwälder Kirsche und auf Sahne-Bizet. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich auf. Oh yeah! Noch Buttercreme, Torte und Bienenstich auf. Oh yeah! Sie pusten und trosten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Morenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Hier Mathilde, Ottilien, Marie und Liliane. Und das ist eine Art, die in der Konditorei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei. Mit Sacher und Linzer und Marzipan-Korte Das Litz des Liliane getreu noch zur Fahne Aber bitte mit Sahne Doch auch mit Liliane war es schließlich vorbei Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei Auf dem Saal kam statt Grenzen verzuckerte Torten Und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten Lass da Herrgott den Weg in den Himmel dir warnen Aber bitte mit Sahne Noch ein Tisschen Kaffee Noch ein kleines Bisschen Oder soll's vielleicht doch nur ein Keks sein Aber bitte mit Sahne